Und da sind wir zurück, nachdem Facebook erfolgreich geschlossen wurde, geht's auf dem Handy weiter. Oh ja. So braucht man's. Ähm, und Verzauberer. Braucht man eigentlich glaube ich momentan nicht, weil, äh, für was auch. Oh, Verzauberungskosten, die, äh, Übelachst. Mal kurz schauen. Ach komm, Verzaubern noch schnell. Ja, warum nicht? Die hat schon drauf. Oh, kann man nochmal? 15 Prozent Schaden auf Nebenziele. Und nochmal. Das Glück ist auf eurer Seite. 30 Prozent Schaden an Nebenzielen. So muss das. Ich mein, war jetzt schon ein bisschen unnötig, das Ding jetzt noch zu verzaubern, weil wir jetzt eh bald austauschen werden gegen was anderes. Oh, okay. Einfach sagen, dieser Damage-Verteiler ist echt praktisch. Alter. Ich hoffe nur, es kommt nicht wieder, dass ich schon zaubert ein Schwert, aber die waren echt böse. Die waren echt böse. Alter, was sind das für Viecher? Ja, klar. Warum auch nicht? Und die Kleinen kamen relativ gut klar mittlerweile. Und ja, unser Vieh ist mal wieder in Ghana unterwegs. Ich muss sagen, geile Map. Kann durchaus was. Nein, du schlägst mich nicht. Leuchtkristallzauberstab, weil wir auch einen brauchen, ne? Gut. Hola. Verdorrter Bogenschütze. Sollen wir ihn feucht machen? Gott, wer da scheiße. Ach, der lebt noch? Okay. Passiert irgendwas, was stehen bleibt? Scheint mir nicht so. Okay, dann mal weiter, ne? Da unten ist noch so ein Mana-Riss. Na, aber es kommt doch Diablo doch schon ziemlich nahe. Ups. Alter. Nein, Mann. Diese Mana-Schämen sind so... Hohoho. Ah, ist komisch, dass man sich von Mana-Viechern Leben ziehen kann. Ich hoffe nur, wir... sind nach dem End-Content nicht zu schwach, um... ... oder falsch geskillt. Das könnte doch scheiße werden. Alter, hört auf, mich zurückzuziehen. Rage! Ziehen die einem Leben ab mit ihrem... komischen Blick da? Ich hab's richtig verstanden. Crit-Treffer heilen uns, ne? Müssten eigentlich. Ich ahne, schlimm ist... Ich hab's richtig verstanden. Pausher-Grit und-Grit und-Grit und-Down. Eigentlich müsste man den Dingern farmen können, so theoretisch. Boah, ey. Aber was ich gut finde, es sind deutlich weniger, ähm, Lichteffekte als in Diablo. Weil der Blizzle ist halt echt nichts mehr. Teilweise. Oh ja. Vom Level-Aufstieg gerettet worden. Und man zieht nichts mehr. Einfach mal draufkloppen. Aua. Zwei, dreimal durchporten. Und weiter geht's. Kritisch. Kritisch. Du lebst noch. Also, manche fragen mich auch, was unser... ...Begleiter macht, ne? Zwei, dreimal durchporten. 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 Da oben war irgendwas. Ach, unser, äh, Missionsziel. Edelstein platzieren. Ich hoffe es ist der richtige, ne? Warte, 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 warte Fuck Der Mana-Geschmiedete Nicht auf den hauen, du Depp Ach Leute, der ist schon tot? Ich dachte, der hält mehr aus Ihr habt deine Quest abgeschlossen Ja, weil es auch so ungewöhnlich ist, danke schön Danke fürs mitteilen Wir kamen echt nicht mal in Rage-Modus Ist aber traurig Aber wir hatten Level Up Ja, das freut mich doch durchaus Jetzt hoffe ich nur, dass mich nicht gleich jemand im TS anstupst, weil Da joinen gerade ein paar den Server Auf Ebene 1 Den haben wir 8,8 Ja, auf Stufe 2 Nein Und Geschick Okay Das haben wir erledigt Dann suche ich hier unten mal noch den Rest ab Dass ich auch wirklich alles aufgedeckt habe von der Karte Ähm Da hinten ist noch so ein Zipfel Weil Ich weiß auch gerade nicht so ganz Ob hier noch irgendwas war Oder auch nicht Da oben sind noch ein paar Hauptquests Kommt her Oh nein, mal kaputt machen und weiter Ey, die halten ja eigentlich nichts mehr aus Das ist so krank Wie wir nicht die aushalten Naja, da kommen wir gerade her So, die hier Vielleicht muss ich irgendwo noch die, ähm, Fee geben Mit dem Schlüssel Mal zusammenpullen Und Oh, da ist ein Boss Komm mal, und Jetzt ist es kein Boss mehr Jetzt ist es Loot Okay 18 Körperpanzer Kommt damit gesundheitlich mit Nein 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 Nö Ach, pack mal drauf Kann sowieso weg Äh, 37 Feuerpanzer Ja, Stärke, ein bisschen mehr Was machst du? Ne, Mana ist uninteressant Auch nicht Handachst Handachst Machen wir mehr mit beiden anderen Schuhe Fokus auf Vitalität Nein Nop Goblin Handkanone Oho Ich weiß das echt nicht, warum Wir haben immer echtes, ähm Glück Sachen zu finden, die wir nicht brauchen Geschicklichkeit Nein Flammenglutisanschärbe Flammenglutisanschärbe Jawoll Packen wir mal da hin Nein Und Nein Und Nein Verdammt So, ähm Wegpunktportal Endlich Hätten wir nicht auch zuerst hingehen können Nein Das ist die Hauptquest, die machen wir erst nachher Da Machen wir erst das hier fertig Alter Ach, Falsch-Taste Da drückst du auf die Feststell-Taste und wundest dich, warum der Zauber nicht wechselt So wird dort nichts Ähm 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 Ja Weiterlaufen und Hack and Slay Alter Das sieht aus Ist im Übrigen in der Vergangenheit, so, äh, Vorzeit Jura oder Bitterfeger ist Ah ja, da ist der Schlüssel Endlich Wegpunktportal Die könnte man ja auch mal einsetzen, ne Die bist ja noch gar nicht eingesetzt So, dann erforsen wir den Teil hier in der Mitte Und dann geht's zu der Äh, zur goldenen Truhe Oh Monoskill-User Und sie ja Euer Begleiter ist aus der Stadt zurück Freut mich ja Nicht identifizierte Hose Braucht man doch immer Oh ja Wieder ein Haufen Müll und Andern Stuff Da waren wir vorhin schon mal Egal, kann man mitnehmen Wir gritten mit 400, nett Äh, wir patzen, äh, wir patzen haben ja nichts, äh, hier, 5 Schaden nur Ist nicht ganz praktisch So Alle noch aufdecken hier Hier entlang Hier entlang die Damen Und wenn sie zu ihrer Rechten, äh, wenn sie Ja, verkackt Zu ihrer Rechten sehen sie ein paar geile Sandkörner Zu ihrer Linken sehen sie eine Epische Gesteinsformation Welche wir auch gleich erklimmen werden Wenn sie uns bitte weiter folgen würden Zu der Gefängnis-Nein-Glutschein-Mobil Wir erwarten sie mit einem Schrein der Heilung Ebenso wie Witter frischende Getränke Und andere Künstlichkeiten Wie gebratener Reis Und, äh, frisch gefangener Lachs Und, äh, genauso wie Frisch verkohlte Banditen Und 47 Gold Wenn sie uns jetzt im Sonnengalienboot joinen Ich laber eindeutig zu viel Scheiße Ja, hier ist das geile Ding Mobil Was abgeben? Äh, ach, fuck Dauert sich zum Laden hin Oh Alter 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 Vater Alter Vater Teleportierst du dich etwa? Ja Stirb Boah, jetzt waren noch mal viele Ah, cool, da müssen wir hin Schnelles versteckte Angelloch ausnehmen Ja, komm schon Beiß an Du verarscht bin ich hier nicht, jetzt beiß schon an Kaliber 7 Wem es was hilft Lederhalsband Ich käme mir schon ein bisschen verarscht vor, ne Gehst an Angelloch Hoffst aufs richtig geilen Fisch Als bekommst du den Flickwerk-Gürtel Äh, die Hose ist interessant Lederhalsband Ja Kriegsstab des Versturmens Was habe ich gerade eben getrockt? Kaliber 7 Das Bogenschützen Seltene Faustbüchse Zweihändig Wir haben irgendeine Ach, das war ein Zauber Oder nicht? Was haben wir von dem Typ getrockt? Insignie Äh, das Teleportier und so was? Ach, Blau-Rind Ne, aber nicht Was haben wir von dem hier getrockt nochmal? Boah, Mann, das Das hatten wir doch irgendwo Feuerring geholt haben, Giftring, Glutsteinfärbe Bin ich jetzt blöd? Hoffenexpertise Zombies beschwören Selbstheilung Ne, aber nix Inwitter Ah, praktisch Boah, Mann, das Hm Naja Werde es schon irgendwo haben So, jetzt ganz im Norden ist noch was Eigentlich gebe ich jetzt erst schnell die Dinger ab Die, ähm Quest beim Glutsteinmobil Life Absorb Geschicklichkeit Ne, war den Der bringt ja meistens mal verkaufen Und auf Richtung Norden Die, ähm Die, ähm Die, ähm Die, ähm